Hallo, ich bin Popöfchen und herzlich willkommen. Wir machen jetzt ein Let's Play, aber im Kreativmodus. Mit diesem schönen Blick auf die Sonne geht es los. Ja, wir machen, hoffentlich ist es für euch nicht allzu schlimm, dass wir Kreativmodus in Let's Play machen. Später werden wir eh den Überlebensmodus wechseln, aber haben wir Cheats erlauben an. Okay, ich sitze ein bisschen. Der Eis ist heute nicht sehr schlitterend. Von Bear Kreativ. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Ich bin dann gleich wieder da. Also jetzt muss ich euch kommentieren und Jan macht echt geile Videos. Das hat er, glaube ich, noch gehört. Guckt sie euch an. Es ist gut, dass ihr das macht. Ich weiß, es sieht aus wie Kronx. Ich versuche auch so ähnlich zu machen, aber nicht genauso. Also da la. Also da la. So, so, so. Fäll. Ja, der Fehler. So. Ich gebe es nicht viel zu sagen. Ich glaube, Noah hat schon sehr viel erzählt. Fehler, 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 Fehler. Was? Also sorry, Noah ist zu fett. Scherz. Was ist denn das für ein Haus? Voll lol. Wieso machst du alles kaputt? Weil ich ein Fail gemacht habe. Das sieht doch gut aus. Nein. Es war ein Fail, Junge. Du bist ein Fail, Junge. Dankeschön, Junge. Bitte, Junge. Jo, Bro. Ja. Oh Mann, ich bin das so nicht gewöhnt mit diesen seitlichen Dingsbumsen. Du bist der Gott, der failst. Hey, you. Hi, I am the God of fails. Mother of God. Wir können jetzt die Kamera nicht mehr sehen. Ich werde irgendwie so unser Ding kaputt gegangen. Oh ja. Und dass ihr es wisst, mache öfter jetzt nicht mehr so viele Videos. Ich steige nämlich bei Aishiri ein. Ja, bei uns. Unser neuer Mitglied. Wir haben mitten im Training beschlossen, dass ein paar mit tun bei unseren Videos. Unter der Übung haben wir einfach über Aishiri gelabert. Unser Trainer checkt das meistens gar nicht. Wir haben vor ihm das besprochen. Ja, das ist voll lol. Lolig. So, das muss... Machst du das gleich wie auf der anderen Seite, oder? Oh, nee. Ich mache hier eine kleine Küche rein. Oh, wie toll. Ja, genau. Ich habe schon gesagt, dass ich es so ähnlich wie Grongs baue. Aber nicht genau gleich. Genau. Hast du das noch gehört? Nein. Oh mein Gott. Du bist kein Mensch. Ich bin eine Missgeburt. Gut, dass du es selber erraten hast. So. Also, dann brauchen wir Slaps. Da kommt was an. Ist es angekommen? Geht es schon. Dann ist gut. Also, nee. So. Ferry, da hat's was aus. Entschuldigung, wegen diesen Ferrys. Hältst ja die Mutter auf jetzt. Was? Also, das sieht schon mal krass aus. Was laberst du? Und wir zeigen auch noch, wie eine automatische Melonenfarm geht. Und eine automatische Weizenfarm. Und eine automatische Schiebezüge. Meine lieben Damen und Herren. Meine lieben Damen und Herren. Und Michis. Also, ihr könnt hier nicht arbeiten mit dem Gebot. Wer? Michi. Michi? Michi? Da wird, glaube ich, auch manchmal bei Aishiri dabei sein. Ich finde die Scheiß, äh, die, die Klo-Toll, äh, ich hab sie gefunden. Was, die Klo-Toll? Ich habe sagen, die, die, die blöden Dings. Zeine, genau. Das könnten wir... What the duck? What the duck? Nicht what, äh, das Wort, sondern... Sieht das gut aus. What the duck? Sieht das gut aus? Darf ich mal kurz... Jo. Ah, ich weiß wie, okay, ich weiß wie. Und, und dann machst du mit Eisengitter. Ja, ja. Und? I have a greater ear. I am a very good English, sir. Ich würde... Aber eines noch weiter, nicht? Ja, lass, darf ich mal? Warte. Ich hab ne... Aber eines musst du hier so weiter, sonst sieht's gar nicht... Aber es wird schon noch größer, aber wir machen nicht alles mit diesen... Das ist... Darf ich, darf ich mal? Ja. Also, dann bauen wir hier... Ich würde sagen, dass wir diese... Ah, ich muss kurz die Kamera aufstellen. Wie sieht denn das aus, Mann? Das sieht ja wie Käse mit Brot aus, ey. Boah, ey. Was hast du jetzt gemacht? Hast du alles gepackt gemacht? Soll ich das so lassen? Ja. Ich könnte... Ja, okay. Noah sagt, wird getan. Wenn Noah was sagt, dann tue ich es normalerweise nicht. Aber das ist... Ähm... Spur... Nein. Kennt ihr das Lied What the Duck? Nicht What the... Flicken? Flicken. What the Flicken-Kicken. Flicken. Wollen wir die Chicken-Kicken? Was? Die Flicken-Kicken? Wollen wir die Chicken-Kicken? Die Ricken-Micken? Die Chicken-Kicken. Ach, wo? Die Hühnchen treten. Nee, nee. Ähm, das ist aber ein kleiner Eingang. Hat das Kronkaus so? Nee. Eben. Das musst du viel größer machen. Hi, I'm the Fehler. How are you? I'm the Missgeburt-Fans. Nee, 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 mach's nicht so. Oh, mach ich. Mach ich. Also... Nee, 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 du machst jetzt noch zwei rüber. Lass mich... Mal ausfehlen. Mei... Nee, darf ich mal kurz? Nee, warte. Nee, nee, nee. Zwei reichen. Nein. Doch. Du hast wieder gefehlt. Und wieder. Und wieder. What the... Fail. What the fail. Mann. Also, sorry, Leute. It must say something. So, I can... Du hast... Du hast das Wort in dem... Du hast das Wort in dem... Fail? Oh, ich steh'n weg. Nu bist der fail. Oh, schöne Küche. Das sieht aber echt stylisch aus. Jetzt machst du noch die Fenster rein. Yes, mister. Oder Lava. Lava, Lava, Lava. Lava kann. Dann brennt alles ab, das macht sicher viel. Ähm. Ja. Machen wir. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020